Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update. Ja, neue Woche, neues High. Schauen wir uns auf jeden Fall an im heutigen Video. Momentan traden wir ja bei 22.900 US-Dollar. Ob wir wirklich die 25.000 US-Dollar knacken, das schauen wir uns an oder ob wir möglicherweise sogar einen Crash sehen. Und wir blicken auch auf Ethereum. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe rein, dort auch immer wieder Updates oder Sonstiges. Und natürlich in der Talk-Gruppe, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Sonstiges habt. Gerne reinschauen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 22.900 US-Dollar knapp. Wir haben ja gestern noch im Update-Video darüber gesprochen, dass wir so einen kleinen Short-Impuls erwarten von unserem kleinen Golden Pocket. Den haben wir dann auch perfekt gesetzt. Einerseits hier genau ans 0618 Fibonacci Retracement Level bei 23.061 gekommen. Daraufhin ging es dann erstmal runter bis 22.300 US-Dollar. Wir sind immer noch in unserem Trade drin, haben aber immer noch nicht, sage ich mal, die 22k für den Entry erreicht. Leider, ich möchte irgendwie nur noch aus diesem Trade raus. Vielleicht schließe ich den, sollten wir hier nochmal hinkommen. Einfach viel hat auf jeden Fall nicht mehr gefehlt. Danach haben wir wieder so einen kleinen Impuls nach oben hinbekommen. Und traden jetzt eben hier um die 22.900 US-Dollar. Jetzt schauen wir uns mal das große Golden Pocket noch dazu an, also von unserem jetzigen High zu unserem Low. Da kämpfen wir jetzt hier auch schon mal da wieder. Und wir sind momentan in so einem kleinen Downtrend einfach gefangen. Wir bilden tiefere Hochs und Lower Lows. Also erst einmal nichts mit 25k. Aber solange wir, sage ich mal, hier keinen größeren Abverkauf sehen, ist die Chance weiterhin groß mit 25.000 US-Dollar. Warum 25.000 US-Dollar? Weiterhin hier oben liegt einfach diese größere, sage ich mal, Widerstandsbox hier oben. Plus das Volumen liegt hier auch noch und unser endgültiger Downtrend. Wenn wir darüber kommen, sind wir auf jeden Fall bullish. Und wenn wir jetzt schon im Daily Close sind, ist es auch nochmal wichtig, hier auf die Closest zu schauen. Und zwar sehen wir hier, wer es sieht, ich sage jetzt mal so, Clos Daily war bei 23.010 Punkten. Und jetzt schauen wir uns den Weekly Close auch nochmal ganz kurz dazu an, wie wir hier geschlossen haben. Und hier haben wir bei 22.800. Warum es jetzt so komisch dargestellt ist, wundert mich auch, aber egal. Weekly Close war bei 22.794 und nur minimal, also wirklich vielleicht nur einen Dollar über diesen letzten High. Und das ist für mich eher so ein kleines Zeichen der Unsicherheit. Warum? Weil es dann hier möglich sein könnte, dass wir uns einfach die Liquidität, die hier unten gelegen hat, aufgrund dieses Hoch, sage ich mal, und dieses Hochs, einfach nur abgefischt wurde und jetzt für einen kleinen Turnaround spricht. Aber darüber haben wir auch schon, sage ich mal, gesprochen, dass eine Korrektur auf jeden Fall möglich ist. Erster Anlaufpunkt für mich weiterhin hier die 21.600 US-Dollar. Warum? Auch hier kurz Golden Pocket einfach mal ziehen von unserer kompletten Bewegung bis nach unten. Und da seht ihr, okay, hier, nee, das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte die ganze Bewegung, so, jetzt aber. Hier das Golden Pocket bei 21.600 US-Dollar, knapp, also 21.550, aber ich würde hier sogar ein bisschen eher einsteigen. Also das ist für mich immer noch so dieses kleine Korrektur-Level, wo ich mir einfach wünschen würde, würde für unseren Short gut passen. Einerseits, dass wir hier noch sogar mit Profit rauskommen und andererseits für eine potenzielle Long-Position, die wir hier unten eröffnen könnten. Und dann, sage ich mal, die 25.000 US-Dollar antesten. Das würde gleichzeitig nochmal ein höheres Tief bedeuten, was auch wichtig wäre. Insgesamt gehe ich trotzdem nochmal irgendwie davon aus, dass wir nochmal diese Kurse zwischen 18.000 und 19.000 US-Dollar sehen, um übergeordnet auch nochmal ein höheres Tief zu bekommen. Aber da müssen wir jetzt, wie gesagt, von Tag zu Tag schauen. Jetzt heutige Level wäre für mich weiterhin die 21.600 bis 22.000 US-Dollar und dann hoch zu den 25.000 US-Dollar. Und hier oben wird sich dann meines Erachtens nachher entscheiden. Weekly oder Daily Close darüber wäre extrem bullish für ein Higher High. Ansonsten fischen wir uns einfach nur die Liquidität hier oben ab, wird es sehr wahrscheinlich hier runtergehen. Und dann hätten wir auch sehr wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier runtergehen, zu unseren 18.000 US-Dollar, eine 30% Korrektur, was man ja, wenn wir von solchen Anstiegen sprechen, immer im Bereich des Möglichen war oder auch in der Vergangenheit immer wieder ein Zeichen. Okay, 20-30% Korrektur, alle Longs rauswitchen und dann, sag ich mal, neuen Impuls nach oben mit einem Higher High und dann möglicherweise die 30k. Aber wie gesagt, kurzfristig tut sich hier momentan leider wenig. Wie gesagt, der eine Short-Impuls, wer das mitgenommen hat, Glückwunsch. Aber ansonsten brauchen wir hier uns momentan nichts vormachen, solange wir hier einfach noch, sag ich mal, in diesem kleinen Downtrend gefangen sind oder hier noch ein bisschen drum kämpfen. Ansonsten 21.600, 22k für potenzielle Long-Positionen. Dann schauen wir uns an Ethereum. Auch hier hat es eigentlich perfekt gegriffen, sag ich jetzt mal. Wir haben ja gestern im Video darüber gesprochen. Okay, Stop-Loss muss hier über diese Supply-Zone, über diese 1-Stunden-Supply und das 0,786er. Wir sind genau ans 0,786er gekommen. Auch hier dann die Gegenbewegung mit einem kleinen Lower Low, weil wir hier drunter geschlossen haben über diesen Low. Liquidität haben wir hier unten noch, haben aber auch hier oben noch Liquidität. Aber, und jetzt guckt mal auf das Volumen, da ist einfach kein Volumen mehr. Also nach oben hin bin ich eher der Meinung, gibt es wenig zu fischen, als wenn wir jetzt hier nochmal runter in den Bereich der 1.565 US-Dollar gehen. Das wäre auch für mich so momentan das Long-Ziel. Also wer möglicherweise hier noch in der Short drin ist, offen lassen, Stop-Loss-Entry und dann schauen wir mal, ob wir hier runterkommen. Und das wäre dann für mich momentan so eher dieses Szenario, wo ich dann eine Long-Position eröffnen würde. Auch hier schauen wir uns ganz kurz mal das FIP-Level an, also das Übergeordnete von unserem Low zu unserem High. Und dann seht ihr auch, okay, warum will ich in dieses Level? Vektor, Ineffizienz, Void, Golden Pocket. Ja, und das reicht eigentlich schon. Und deswegen möchte ich unbedingt dieses Level hier unten, 1.570, 1.560, das ist die Zone. Dort wäre perfekt die Möglichkeit, um eine Long-Position, sage ich mal, mit einigermaßen wenig Risk aufzumachen. Wir schauen da drunter mal ganz kurz, wie die Support-Zonen sind. Hier haben wir eine 4-Stunden-Demand-Zone und darunter haben wir gleich die nächste, aber normalerweise unter das 0,786er sollte vollkommen ausreichen. Da wären wir bei 2,2% Risk. Sieht momentan am besten aus. Was wir aber auch zu dem Ganzen noch dazusagen müssen, China hat diese Woche zu, also Asia wegen Neujahrsfest. Etwas Cringe-Bruhdy. Nee, Spaß. Ja, hat auf jeden Fall zu, deswegen hier wenig Bewegung. Wir haben einen Wochenausblick darüber gesprochen, dass News-Lage auch sehr, sehr wenig diese Woche ist, zumindest bis zu den PCE-Daten, also Verbraucherpreisen, nee, nicht Verbraucherpreisen, Kern-Konsumentenausgaben, was weiß ich, wie man es ausspricht, die am Donnerstag stattfinden. Auch da werden wir nochmal ein Auge drauf werfen, aber ansonsten erwarte ich erstmal wenig Bewegung, so die ganze Woche über. Und ja, was ich noch erwähnen wollte, oder habe ich ja vorhin in der Gruppe hier erwähnt, wartet mal ganz kurz, wenn wir da schon dabei sind. Genau hier, also Loop Network, wer da investiert ist, gerne mal einen Einsatz raustun. Wir sind hier 150% im Plus. A0 hat sich auch deutlich nach oben hin bewegt, auch hier mittlerweile 40, 50% im Plus von unserem Spot-Level. Und Lossless, wer das auch noch verfolgt, oder die ganzen Altcoin-Update-Videos, auch hier haben wir schon einen X gemacht, also 100%, also auch hier ziehe ich jetzt meinen Einsatz raus, lasse nur noch die Profite laufen, und dann sind wir erstmal, sag ich mal, für einen potenziellen Bullenmarkt, der möglicherweise folgen könnte, erst einmal gut gewappnet, würde ich sagen. Gut, dann noch ganz kurz die Newslage, US-Regierung will wissen lassen, dass sie gegen Kryptokriminalität vorgeht. Ja, hätten sie mal was gegen FTX vorher gemacht, aber da stecken sie ja drin, die Demokraten, da kann man ja leider nichts dagegen machen. Aber gut, da bin ich mal gespannt, was sie dagegen machen. War ja dieses mit Bitzlato, dann gab es ja auch noch mit Swift, dass hier USD-Überweisungen unter 100.000 US-Dollar nicht mehr möglich sind bei Binance, da wird ja auch mit einem neuen Partner und sowas schon gesucht. Also das ist alles irgendwie ein bisschen komisch, was hier momentan abläuft, aber gut, Bärenmarkt ist dafür da, um komische Sachen zu machen. Gut, dann war es das von meiner Seite. Morgen früh Update-Video, dann kommt noch ein Altcoin-Update-Video, ich denke HNT, weil sich das gewünscht wurde, also Helium. Würde mich mal interessieren, habt ihr noch einen Helium-Miner, oder ist da jemand noch drin? Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Kommt gerne, wie gesagt, in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe. Und wie immer, Like da lassen, Abo da lassen, mich damit ein bisschen unterstützen, würde ich mich freuen. Und dann war es das von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto! Vielen Dank.